Von Zeit zu Zeit bekommen wir alle Besuch von Menschen, die uns mehr oder weniger nahestehen. In der Regel sind wir dann sehr erstaunt, in welch herrlicher Gegend wir doch wohnen. Schau mal da, diese Aussicht und was für eine wundervolle Gegend zum Leben, klingt es dann ständig in unseren Ohren. Normalerweise wird dem Ortsansässigen an dieser Stelle wieder bewusst, wie schön es dort ist, wo er wohnt. Nicht so der Tegernseer. Er wird mit dem Bewusstsein geboren und sie oder er freuen sich ein ganzes Leben lang über ihren schönen Wohnort. Der See ist der Star im Film ihres Lebens. Man fährt mal eben um den See, um zu schauen, was es Neues gibt. Man kehrt auf eine Brotzeit im Bräustüberl direkt am See gelegen ein, man geht segeln, man schwimmt, ja selbst beim Bergwandern, schon ein ganzes Stück weiter oben. Was sieht man, wenn man sich umschaut? Genau, den Tegernsee. Traumhafte Fleckchen sagt Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017